Ich bin ganz froh, dass ich das nicht früher gefunden habe, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das früher hätte finden sollen. Ab wann ist denn das da, sag mal? Jetzt muss ja irgendwann auftauchen, die Scheiße, ne? Also muss es nicht. Nö, nicht ihr. Ja, ich verpiss mich mal. Die Steintypen sind einfach kacke. Was sind denn Steintypen? Ich weiß nicht, sind das Steinstatuen? Diese Dinger sind scheiße, so. Ja, er wird mich nicht ewig verfolgen, hoffe ich. Aha, ich bin unter dir. Das heißt, du kannst mich nicht treffen, weil das System nicht funktioniert. Sehr gut. Gut, das letzte Mal. Da springe ich rüber. Puh, das war knapp. Ich nehme mal an, direkt vorm Endpost gäbe es auch nicht nochmal ein Feuer, das da irgendwie versteckt ist, ne? Damit mir nicht mehr so weit laufen muss. Mehr schön gibt es auch, vermutlich nicht. Mal gucken, ist da so ein großer Knife-Key. Irgendwas wurde geschrieben, ich habe nur keine Ahnung. So, ich kann nochmal gucken gehen hier. Erstmal looten, erstmal das Wichtige, ne? So, kann ich da runterspringen? Also klar kann ich das, aber. Hm, Elisabeths Pilz? Was? So, die Frau von den goldenen Golem verlasst. Nach Amor Londo in die... ...Selvenweg den Golem getötet hast. Golem? Gestaltbibliothek? Äh. Weil er einen zerbrochenen Angel getroppt hat, ganz neben das Ziel zieht. Achso. Junge, das habe ich... Also den Zusammenhang hätte ich ja nie gesehen. Aber okay. So, ich muss nochmal gucken. Ah! Da ist ein Loch. Ja, geil. Und da sind die 40.000 Seelen weg. Hm. Ja, der war gut. So, das waren... Was war was da? 16.000... Ja, komm, weißt du was? Ja, ja, komm. Ich glaube nicht, dass ich noch herausfinden werde. Was? 1200? Müssen wir verarschen. Gibt das wenigstens mehr? Kann ich auch benutzen? Aber die hat eine andere Farbe. Was machen wir denn damit? Kann ich damit irgendwas anderes machen? Ich heb's mal besser auf. Komm, hau mal die ganzen Seelen da raus. Was geben die... Ich dachte, wir geben alle 16.000. Ja, geil. Egal. So, Ritter. Ist ja eine Bossseele, dann geben die nicht mehr ordentlicher Wahrersponte. Aber das reicht nicht mal ansatzweise, glaube ich, ne? Für noch ein Level, oder? Egal. Jetzt habe ich angefangen, sie aufzubrauchen. Jetzt machen wir es mit allen auch. Nee, ich fürchte, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht jetzt, wenn der will, aber... Dann haben die plötzlich nur so mickrig gegeben. Gut, das reicht nicht, ne? Wie fehlt denn noch? Ja, so 6.000 war ein Kack, aber auch. Gut, ist doch schön, dass ich jetzt ganz wieder sehen werde, wo ich es macht. Exzellent! Profi-Ander habe ich. So, da ich nicht weiß, wie lange das dauert, würde ich sagen, wir warten das Spiel heute nicht zu Ende. Also, das ist beim nächsten Mal und eventuell... Dann geben wir dann auch nochmal... Also, es gibt sonst noch irgendwas, das man mitnehmen könnte, für den Fall, dass ich das Spiel noch ein bisschen strecken will. Den Ringen dieser Untoten zum Beispiel. Okay. Ja, da bist du natürlich... Du trittst ja schon wieder. Gleich treten, abstellen. Bitte rennen Sie doch nicht weg, sondern kommen Sie her. So, es wäre gut, wenn ich nicht wieder sterbe und nochmal 20.000 Seelen wegwerfe. Also, wir sind ganz geil. Vielleicht fahre ich diesem Mal einfach nicht wieder ins Loch. Ich hätte vermutlich die Waffen immer noch herstellen können, nehme ich an. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, jetzt ist es zu spät. Nein, ich sehe nicht. Jetzt habe ich mich doch getroffen. Was soll denn der unter? Sollte ich mich doch nicht treffen können, wenn ich unter dir stehe. Ich muss mich doch nicht mehr sehen. Niemals kann man sehen, wiederholen. Bisher sind Popbücher überhaupt mit Scheren ausgestattet. Was ist das hier? Aufstand der Bäume? Sie hatten genug von den Gärtnern. Sind sie selbst die Gärtner? So sieht es aus. Sieht aber ausnahmsweise tatsächlich mal halbwegs schön in dem Gegend aus, weil davon ab sie das Bäume versuchen umzubringen. Ist die Gegend ja tatsächlich mal halbwegs nicht komplett. Untergegangen. Ok, gut. So. Jetzt fallen mir wohl nicht wieder in das Loch rein. Da hat überall noch Zeug drin. Kann ich da rüberspringen? Das sieht so aus, als könnte ich da rüberspringen. Kann ich sogar. Wächterhelm, ok. Jetzt nehmen wir den sicheren Weg. Nicht, dass ich beim Zurückspringen sterbe. habe ich unwahrscheinlich bei meinen ausragenden Fähigkeiten. Aber man weiß es ja nicht. So, das ist nur so ein Baum mit einer Mistkabel. Hm. So. So kleine Viecher. Ok. Ja, mit den kleinen kann ich umgehen. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Das ist eine Statue. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine Statue ist. Diese großen Typen. Das ist das Problem. Echt? Was seid denn damit? Die ist wahrscheinlich auch nicht besser als das, was ich schon habe. Groß, großer Pfeil. Achtmal der große Pfeil. Äh. Pfeile sind hier. Kommen wir mit 4 Rädchen für das Queen. Wenn ich den Drachen benutze. Wenn ich Großbogen. Wenn ich schaffe mit Baumrinde. Oh, die machen 5 Schaden mehr als die Drachen für die Pfeile. Junge. Sprechen ist heute auch nie mehr. Genug gesprochen wurde. Was ist da drüben noch? Was ist da drüben noch? Oh, das ist noch ein Licht. Oder liegt da was? Ne, das ist einfach so eine Leuchteblume. Ich verstehe. Gut. Und jetzt kann ich einfach hier runter. Ja. Zum Moment habe ich gedacht, dass ich jetzt sterbe. Aber hat jemand Tinte verschüttet? Ja. Auf einem sehr großen Glas glaube ich. Ja. 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 aber ich kann 4 locken. Das ist echt verlockend. Ach, da lächst du mir doch am Arsch. Okay, töten wir erstmal die Bäume. Jetzt hab ich hier 200. Das ist doch nix. Meine Damen und Herren, bitte kommen sie einzeln. Bitte gehen sie mal weg und so. Perfekt, kommen sie doch mal hier, Junge. Hallo? Ich sag, du sollst jetzt herkommen. So, ich würde so weit vorgehen, dann kommt der andere auch wieder. Ja, da kommt er schon wieder. Jetzt machst du den Scheiß aus dem Boden nicht, oder was? Woran erkenne ich denn, dass er das macht? Also, ich meine, klar, wenn er das macht, dann kenne ich es. Er schlagt doch zu, Junge. Also, die sind unangenehm. Schlimmste, was ich heute bekämpft habe. Ja, das ist jetzt nicht so. Und ich bin schon gut. Also, ich bin schon mal ein paar. Und ich bin schon mal ein paar. wir geben wieder besonders gut erfahrungspunkte noch tolles zeug das ich gerne hätte alles richtig scheiße so jetzt bin ich wieder da wo ich vorhin gestorben bin glaube ich naja nein nicht schlagen nein es entkommt was ist das überhaupt irgendwas das tolles zeug drauf warum weiß ich aber auch nicht ich vermute mal ich muss da rein ich glaube der schnelle weg da runter ist nicht ein tiefgründiger abgrund abgründiger tiefgrund vielleicht auch keine gegner mehr ich hätte gerne noch mal ein feuer dass ich mich mal an meine seelen ausgeben kann bevor ich jetzt gleich alle verlieren werde in dem bosskampf es sei denn der bosskampf ist auch wieder so ich hab dich gesehen was auch immer du bist da geht es ja auch noch lang was ist das jetzt jetzt einfach noch runter und so weiß man was haben wir da noch so ach da steht jemand ja das ist alles nicht so geil und hier haben wir das ist irgendwo am anfang wieder könnte man noch mal schnell zum feuer gehen wenn ich es finde und meine orientierungskunst finde ich nur den abgrund in den ich rein falle oh gott ich ziehe jetzt glaube ich alles an gegner was hier so rumeiert perfekt das war mein plan ich habe die richtige brücke wird unangenehm wenn nicht ich würde so kommen ist der aufzug wieder unten stirbt man da wenn man da einfach runter springen würde das sieht schon so aus als könnte man hier massiv abkürzen wenn man entsprechend viele lebenspunkte hat wir haben 1 1 2 1 1 5 1 Vielen Dank.